Hallo zusammen, begrüßt euch recht herzlich zum nächsten Trailer. Ja, ich habe mal mir die Mühe gemacht, diese beiden Filme, weil die klasse sind, Wext 1 und Wext 2, Oblog, zusammenzufassen und hochzuladen. Könnt ihr dann schauen bei VK, bei Bitschuh, die sich den Trailer aufrufen bei Red News TV. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut, tschüss.